Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur feierlichen Immatrikulation an der Universität Leipzig. Ab heute studieren Sie an einer der gründungsstärksten und forschungsstärksten Universitäten in ganz Deutschland. Meine Uni Leipzig steht für Weltoffenheit und Internationalität mit über 55 Partner-Unis in der ganzen Welt. Auch bei den European Universities sind wir dabei. Meine Uni Leipzig ist ein Ort für innovative Forschung, die verschiedene Disziplinen verbindet und wissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesellschaft transportiert. Sie gehören damit zu unseren über 30.000 Studierenden. Sie haben sich immatrikuliert in einem von mehr als 150 Studiengängen an einer unserer 14 Fakultäten. Wir zählen zu den ältesten Universitäten Europas. Hier studierten schon Leibniz, Kästen, Merkel und viele andere bekannte und erfolgreiche Persönlichkeiten. Hier bewahren wir Wissen und Geschichte und erzählen sie weiter. Es ist an Ihnen, Wissen zu erweitern, Chancen zu nutzen, mutig voranzugehen. Unsere Arbeit ist Grundstein und Wegweiser, Erkenntnis und Zukunft. Weltweit vernetzt und mit vielen Partnern arbeiten wir unter anderem daran, Volkskrankheiten besser zu verstehen. Meine Hochschule gehört zu den forschungsstärksten und medizinführenden Universitäten in Deutschland, den German Fifteen. Sie ist ein Ort, der die Herausforderung einer Welt im Wandel als Chance begreift. Der das Leben lebenswert machen und leben lassen will. Wir erforschen, wie wir mit der biologischen Vielfalt wirtschaften können, nicht gegen sie. Immer bereit, unser Wissen zu teilen und im Teilen zu vermehren. Unüberbrückbares und Unlösbares als Antrieb für neue Ideen zu verstehen. Nur wer offen ist für Neues, kann das Unmögliche schaffen. Wir beobachten, wir analysieren, wir mischen uns ein. Wir wollen ja einen pointierten Diskurs, wir wollen ja auch einen lebendigen Meinungsaustausch. Die Uni Leipzig analysiert die Welt und ihr Gefüge, um sie nachhaltiger zu machen und mit neuem Wissen zu bereichern. Hallo Leute, hier ist Mephisto 97.6, heute an einem ganz besonderen Tag. Denn wir feiern heute euren Studienabschluss. Das heißt, jetzt für einige von euch Abschied nehmen von Kommilitonen, von Freunden, aber auch von einem ganz besonderen Ort. Meine Uni Leipzig ist für mich der Ort der Anfänger. Das erste Mal selbstständig, das erste Mal Leipzig. Das erste Mal Deutschland. Ein Ort der Tradition wahrt, aber moderne lebt. Wir stoßen hier an unsere Limits und wir überschreiten die sogar. Wir klingen und wir werden in der Welt gehört. Heute beendet ihr ein großes Kapitel in eurem Leben. Ihr nehmt Abschied von Gewohnheiten, von Vorbildern, von Freunden, aber auch von einer Zeit, die euch geformt hat. Und damit zum Abschluss, der wohl pathetischer wird, als mir lieb ist. Gemeinsam haben wir fünf Jahre lang gefeiert, gelacht, geweint, schwere Zeiten durchgestanden und für unseren Abschluss gekämpft. Lassen Sie sich heute von Ihren Angehörigen feiern und feiern Sie sich selbst und Ihren Schritt in Ihr neues und wohlverdientes Leben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ein bis nächstes Mal. Untertitelung. BR 2018